Herzlich Willkommen im Stadion von Left 4L2 mit dabei wie der die Chaos-Roppe, Remo, Eiseswasser und Lulu So genug labert, hier Knallse ab! Hier ist Kotze Ja, ist schön für die Kotze, aber du sollst erstmal dann die Zombies-Platt machen Da war ich gerade dabei, dann haben wir die Tür quetschen Da waren wir uns gegen die Tür quetschen Gibt's hier noch irgendwas? Nein Müssen wir Drogen haben, die ja Man muss wieder nach Stoffen Um ihre Sucht zu betrieben Nein, wir suchen nach Medikamenten Klee! Stoff! Hinter uns! Ach du bist das nur Das wär ein Zombie Nächster Oma Oma, lass mich doch mal in Ruhe hier Nächster T-Shirt Nene, ich hab mitgeballert Ich hab extra mal gesagt von hinten gekommen So ein Eisernes da hinten, der abgehauen ist Ich habe vorne einen Boomer und einen Smoker ausgeschaltet Ja, hättest du uns hinten geholfen? Hätten wir dir jetzt vorne helfen können Oh, oh Und einen Splitter Oh, die Bühne Okay Alles klar, wir geben ein richtig krasses Konzert hier Und einen Molotow-Cocktail, so wie es sein muss Niemand drückt da vorne auf diesen Knopf Nein, niemand drückt drauf bis Oh, wir können ein paar Benzin Kann es da taktisch positionieren Ja, hier ist so der so ein Eagle Gibt sich irgendwo Pillen? Wir kennen alle deinen taktisch positionieren Ja Wenn wir alle auf der Bühne stehen, dann passiert schon nichts Sekunde, hier müssen irgendwo Pillen sein oder sowas Einmal ne geile Was ist das? Ich glaube, dass Roerbombe Irgendwas Ben Ah, das ist die gute Schossen Nein, 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 nein Die machst du noch nicht So Sind alle bereit Sekunde Naja, hier gab es auch irgendwo die Munition Hier liegt noch ein Defi Welchen für dich vielleicht weil du nichts dabei hast Oh, das ist sehr gut wir haben diese kästen die wir über verteilen können wie es aussieht ich weiß nicht feuerwerker ich weiß nicht ob wir das feuerwerk für irgendwas brauchen also okay da lasse ich das immer ganz so zu sagen dass das mal liegen lichter ich bin bereit das bereich ja schau was dauer ja 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 und los geht es brenner es geht so ab wir sind bei medikets zur sicherheit smoker setzen wir die stimmung im feuer hier ok jockey 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 gehen weg da du hässlicher ja schon wieder am hals hängen ja wir haben mich doch nicht wir müssen zu verteidigen bis hilfe da ist ich muss mich kurz verbinden ich habe mich verletzt hier können wir auch mal hier schützen ja dann bei dir auch schon mal dank tschau da puma tschau da hey hey kunstkritiker sowas kann ich gar nicht haben tank in sich hütter läuft oben an der bühne lang und aus der richtung kommt der tank sehr schön splitter und tank sind direkt nebeneinander ach wie schön haben wir irgendwas zu werfen aber hinten irgendwo liegen rohrbomben und so tank lass mich bloß in frieden der ist hinter mir glaube ich der bärmutter erledigt erledigt ich habe leck ich hatte noch ja adrenalin schuss soll ich jetzt mal papellen die hand drücken ja bitte oh warte 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 ich höre aber gestampel ich nehme mir erstmal einen schuss hier bitte nächste horde kommt hier muss doch irgendwo eine schlauern ist ja gut ich weiß meine musik ist scheiße ich glaube ich habe ich glaube ich habe eine vorstellung davon wofür man das feuerwerk gebrauchen kann das war ich nicht aber jemand hat das an das hat dann das feuerwerk angezündet deswegen habe ich noch einen beutel geschützt um also zu den behalten können hey hunter danke ja ich habe auch noch einen schweiß hier muss irgendwo noch einen muni hier liegen nenn dir eine gitarre luft aber charger da ich bin mal schnell muni holen ok verpisst euch ihr hältst dich im flupy kinder ich kann auch einen muni holen aua so sollen wir auch kurz mal nach oben gehen und einen muni holen ja dann bewegen wir uns mal oh ich will doch nur ich bin hier nice jetzt habe ich die falsche waffe genommen ich sehe nichts mehr ich bin blind ich bin blind die midnight riders sind echte lebenswerte die die bitte nein 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 ich lege hier sind Leute tank 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 oh ja ich lege auch auf 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 ich komme nicht weg hier nein nein überleben ist für uns jetzt renn 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 wieder nie du schaffst es lass uns zurück rette dein leben ja bitte so ich bin tot ich auch geh weg schaffst du es er ist drin ja ja krass mein guter du hast es schleimen wir sind für guten grund gestorben hör auf zu schleimen willst du das wirklich unterschreiben Luf nein der helikopter wird sowas von abgestürzt ja ein boomer ein charger ein splitter alles zusammen ja alle sind zu verstorben alle sind zu verstorben im nächsten film sind wir wieder am Leben ich muss alles alleine machen ja weil du kein teamplayer bist ja genau du hast es einfach zurück gelassen wir hätten einfach keine money holen sollen stimmt wir hätten glaube ich einfach nur auf der bühne warten sollen ja äh ich glaube das wäre genau so schief geworden na meinst du da hätten wir zumindest mit den gitarren alles was prügeln können jo das wäre doch neun na lief nur ein boomer gehör ist das doch gelogen neun die tötete gewöhnlich infizierte 680 ja alles am letzten jawoll ah yes lag vermutlich daran dass ich einmal rejoinen musste nein nein ganz bestimmt nein hat die meisten Verbündeten wiederbelebt oh lalulu hat die höchste genauigkeit 2.299 erst mal die letzte zahl verdoppeln ja was tausend das reicht uns nicht wir brauchen mehr genau 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 so sieht das aus zielsetzung nächste runde auch noch mal verdoppeln würde ich sagen da gibt es ja die ersten 3.000 ach klar liebe leute das war 2.000 mal 2 ist nämlich 3.000 macht mit der mo das war unser dunkler Karneval werchen was kommt als nächstes als nächstes zum fieber alles klar das passt sumpfiges gebiet für den sumpfigen eisen was ich hab mich für diese folge und sage tüdelü bis zum nächsten tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020